Am 30. April 1899 wurde im Gasthaus zur Roten Brezen in Wien-Otterkring der Arbö unter dem damaligen Namen Verband der Arbeiter-Radfahrer-Vereine Österreichs gegründet. Der Gründer und Organisator Alois Zipfinger wirkte fast 30 Jahre als Verbandsobmann. Der Verband der Arbeiter-Radfahrer-Vereine Österreichs eröffnete bereits 1913 das Fahrradhaus Allfrei, denn bereits zu dieser Zeit bewältigten viele Mitglieder, Männer als auch Frauen, den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad. Die frühe Form der beruflichen Mobilität. Der Verband zählte damals bereits 24.000 Mitglieder. Fast drei Jahrzehnte nach seiner Gründung bekommt der Verband nun auch Zuwachs. Motorradfahrer als Mitglieder künden vom Anbruch einer neuen Zeit. 1957 ging der erste Arbö-Pannendienst per Motorrad auf die Straße. Die Puch 250 TF war damals als Arbö-Straßenwacht zwischen 1957 bis Ende der 60er Jahre in Betrieb. Am 16. September 1967 war die Geburtsstunde des Arbö-Pannendienstes auf dem Wiener Rathausplatz. Ausgestattet mit 37 Pannenfahrzeugen versorgten die weißen Bernhardiner die Arbö-Mitglieder vom Neusiedler bis zum Bodensee. 1972 wurden die ersten zehn Ford-Abschleppautos in den Dienst gestellt. Damals zählte der Arbö bereits über 150.000 Mitglieder. Mit diesen Fahrzeugen wurden auch die ersten Rückholungen als wesentliche Leistung des Sicherheitspasses vollzogen. Bereits im Mai 1974 zählte die Pannenflotte des Arbö 150 Fahrzeuge. Je nach Einsatztyp wurde vom Puch 500 bis zum Mercedes jeder Autotyp erprobt. Ab 1985 wurden hauptsächlich Toyota Terzel und in den nachfolgenden Jahren Toyota Corolla als Pannenfahrzeuge eingesetzt. Die langjährige Geschichte des Arbö präsentiert sich eindrucksvoll in den erhaltenen Oldtimern, die auch heute weiterhin zur Arbö-Familie gehören. Darunter auch das erste Arbö-Elektroauto, das 1988 in den Dienst gestellt wurde. Ich bin Fritz Beidler, Präsident. Ich bin Günter Schweizer, Landesgeschäftsführer. Und das war unser Arb Wien. Der Affe ist immer und überein. Der Affe ist immer und überein. Ich bin Fritz Beidler, Präsident. Ich bin Günter Schweizer, Landesgeschäftsführer. Und das ist der neue Arbö-Wien. Ich bin der Peter, Leiter dieses Prüfzentrums seit 2008. Und das ist mein Prüfzentrum. Hallo, ich habe ein Problem. Ein Auto zieht nach links. Ja, ist was passiert? Sind Sie gegen einen Randstrich gefahren oder ein Schlagloch überfahren oder etliches? Ich weiß es nicht, das kann schon sein. Ja, dann ist ja kein Problem, wenn Sie das Auto überall verprüfen, vermessen. Könnt ihr von Ihnen einen Zusuch stellen oder die Clubkarte bitte. Danke schön. Danke, vielen Dank. Das war doch verstellte Spur auf der linken Seite. Ja, Sie haben recht gehabt. Ich bitte Sie. Ich bereich Ihnen hier einen Prüfbericht. Danke. Ihren Zusuchsschein. Danke sehr. Hallo, ich bin der Matthäus. Ich bin seit 2020 beim Arb Wien Süd und das ist mein Prüfzentrum. Grüß Gott. Hallo, Grüß Gott. Ich habe bei meinem Auto einen Steinschlag und ich wollte fragen, kann man da vielleicht das machen? Ja, das sollte man reparieren können. Haben Sie eine Casco versuchen? Jawohl, habe ich mit. Und die Clubkarte auch gleich. Sehr gut, danke schön. Ja, das sollte passen. Dann können wir das Ganze im Prinzip gleich ausfüllen. Ja, passt. Und dann machen wir den Steinschlag. Perfekt, passt. Danke. Passt. Hallo, wir haben eine Panne und die Kupplung geht nicht. Okay, warten Sie bitte beim Fahrzeug in 20 Minuten und wird der Kollege eintreffen. Alles klar. So, ich habe euch gleich das A-Bölei-Auto mitgenommen. Aufpassen, elektrischer Fahrspaß. Perfekt. Danke. Danke. Schönen Abend noch. Ich bin Peter, bin seit 2015 Techniker beim A-Bö Wien West und das ist mein Prüfzentrum. Hallo. Hallo. Mein Name ist Laura. Ich habe einen Termin für den Ankaufstest. Ich bräuchte bitte die Mitgliedskarte und den Zulassung. Danke. So, schauen wir uns das Auto gleich an. Das Auto ist in einwandfreiem Zustand. Sie können es problemlos kaufen, ja? Okay, super. Danke. Schlüssel steckt. Passt. Danke. Tschüss. Tschüss. Grüß dich. Hallo. 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 Wir wollten in den Urlaub fahren und wollten kurz das Auto überprüfen lassen und schauen, ob alles passt. Nein. Sommercheck, okay? Bitte. Ja. Kommen Sie vom Bandsdrehen, kommt die Warnwesten mit. Leider nein. Können wir das bei euch kaufen oder? Können Sie bei uns im Shop kaufen. Kinderdüße und zwei für die Erwachsenen. Danke. Und eine Lampenbox für ihr Fahrzeug. Bitte schön. Danke. Der Urlaubscheck ist für die Mitglieder kostenlos. Oh, super. Danke. Mach dann aus. Zusammen alles 34 Euro. Alles tip top mit dem Fahrzeug. Schönen Urlaub. Danke sein. Tschüss. Ciao. Ich bin Christian und Leiter des Prüfzentrums in Wien-Ottagring seit 2014 und das ist mein Prüfzentrum. Ich bin Christian. 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 Hallo, ich bringe meine Vespa zum Service. Passt. Serviceheft, hast du mit? Ja, habe ich mit. Serviceheft, du das so gescheit. Super. Super. Und fertig ist Wolfgang. Wunderbar. Schauen wir mal einen Auftrag im Büro. Danke. Hallo, ich bin Sascha. Ich bin Techniker seit 2006 hier bei Mabel in der Brigitte Nord. Und das ist mein Prüfzentrum. Herzlichst Willkommen. Abö-Bahn-Dienst, Nadine, hallo. Wie ist Ihre Mitgliedsnummer? Gut, der Bahnfahrer meldet sich bei Ihnen telefonisch. Bitte erreichbar bleiben. Abö-Bahn-Dienst, Nadine, hallo. Wie ist Ihre Mitgliedsnummer? Gut, der Bahnfahrer meldet sich bei Ihnen telefonisch. Abö-Verkehrsradio, Traffic News. Im Stau mit aktuell 10 Minuten Zeitverlust stecken Sie derzeit auf der Alknusdorfer Straße statt auswärts zwischen der Grünberg- und der Breitenfurter Straße. Ansonsten gibt es aus der Stadt grünes Licht. Damit wünsche ich gute und sichere Weiterfahrt. Hallo, ich bin der Christian. Ich bin seit 2010 Projektzentrumsleiter in Wien Nord. Und das ist mein Projektzentrum. Ich gebe Ihnen das Leistungsverzeichnis für den Sicherheitspass trotzdem mit. Das ist ein normaler Sicherheitspass. Das ist der Sicherheitspass Gold. Grundsätzlich dieselben Leistungen. In Gold haben Sie doppelt in Deckungssummen. Vielen Dank. Ja gerne. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ja super, machen wir gleich. Haben Sie es schon einmal gehabt? Nein, noch nicht. Na passt, dann sollten Sie es ja einmal machen. Okay. Passt. Dankeschön. Tschüss. Wiederschauen. Ich bin der Karl. Ich bin seit 2013 Leiter vom Prüfzentrum Wien Donaustadt und das ist mein Prüfzentrum. Wiederschauen. Alles gut. Ich bedaffe einen Pickel Termin. Ja gerne. Bei euch sind die Mitgliedskarte, die Zulassungsschein und den Fahrzeugschlüssel. Sehr gut. Dankeschön. Sie können dabei drinnen Platz nehmen und warten und wir fangen gleich an damit. Perfekt, danke. Pickel haben Sie bekommen, das Fahrzeug entspricht. Was ich Ihnen aber empfehlen würde, ist einen Titelsystemreinecker dazulernen, da Ihre Abgaswerte nicht mehr so gut sind. Okay, dann nehme ich das bitte gleich dazu. Okay, mache ich Ihnen. Danke. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wiederschauen. Hallo. Mein Name ist Daniel. Und seit 2017 in der AB Fahrsicherheit. Hallo. Ich bin der Markus und seit 2008 in der AB Fahrsicherheit. Hallo. Ich bin der Toni und seit 2019 in der AB Fahrsicherheit. Und das ist unser Fahrsicherheitszentrum. Wir sind hier im AB Fahrsicherheitszentrum in Wien auf einer Fläche von 35.000 Quadratmetern. Wir haben einen eigens abgeschränkten Bereich für den Verkehrsübungsplatz, wo man bereits ab 15,5 Jahren üben kann in Begleitung eines Führerscheinbesitzers. Wir bieten hauptsächlich die gesetzlichen Mehrphasentrainings für führersche Neulinge, natürlich auch Individualtrainings für zwei und vier Räder, wie zum Beispiel das Basistraining für Pkw, das auch in den Abend- und Nachtstunden stattfindet. Und auch das Motrad Warm-up, das halbtägige für Wiedereinsteiger bzw. nach der langen Winterpause und speziell natürlich auch das Driftraining. Ja, wir sind heute hier in Ludersdorf im AB Fahrsicherheitszentrum auf 60.000 Quadratmetern, der Grundfläche. Man kann sich schon vorbereiten für den Fall der Fälle und hier wirklich ohne Probleme auf großem Gelände üben und trainieren, ohne dass da im Echtverkehr eigentlich was passieren müsste. Hallo, wir haben eine Panne und wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Oh ne, warte, sorry. Ich bin Techniker hier, ich bin der Stunt-Double von George Clooney, der hat heute aber keine Zeit. Das hat sein müssen. Ich habe mich sogar verletzt. Das ist mein Lehrling. Komm her. Ich habe es euch gesagt. Nein. Soll ich da hineinschauen? Ja. Die Chance ist. Geh los, hopper. Ich bin der Markus und bin seit 2008 in der AB Fahrsicherheit. Hallo, ich bin der Throne und bin seit 2019 im Fahrsicherheitszentrum. Du bist so dämpert. Bei der AB Fahrsicherheit und das ist unser AB Fahrsicherheitszentrum. Ja, macht nix, ey, wurscht. Jetzt war alles super, war eh geil. Macht nix, alles geil. Echt! Mann wird heute in der AB Fahrsicherheit besser kommen. UNTERT ein Bande und 1950 Maklisch. Vielen Dank.